Meine Bürgerinnen und Bürger, mit dem Superdeutschland-Netzwerk CDOS wird ein Niveau der Staatssicherheit ermöglicht, das sozialistische Werte wieder aufleben lässt. Du tutsch mir nie wieder dazwischen, ihr Schweine. Wir wissen alle, dass Überwachung dieser Perfektion nicht von heute auf morgen zu bewältigen ist. Mit dem einzigen unheimlich großen Wurf, alles Private heimlich fehlen zu wollen, ist realistisch und ist auch hilfreich. Hilfreich? Wo ist das denn hilfreich? Ey, das ist doch unsere Mutti! Ist ständige Überwachung schlimm? Nein, angesichts der Bildermin des Italienurlaubs werden wir Freude aufbringen und uns sonst auf Hausschläge in den Strafprozessen einstellen müssen. Das Deutschland-Netzwerk muss durch eine Firewall vor Angriffen geschützt werden und dafür werde ich sorgen, in dem Leben zu holen und dann bitte keine Klagen, gehen wir uns an. Hier habt ihr sie zurück, das teutonische Betonwunder, ihr kennt sie alle, die Big Mama unter den Firewalls. Ja! Ja! Vielen Dank.